Hi, ich bin Sascha Zahmer, zwei Tage nach der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Bochum. Ich habe in MNR4 den freien Platz gemacht. Da kann ich sehr zufrieden sein, aber ich werde mich heute noch ein bisschen mehr. Ich werde nächstes Jahr noch weiter vorne sein, noch ein bisschen mehr Fleisch auf den Dritten. Wäre supergeil, wenn ich Sponsorbeifitten würde, beziehungsweise mich unterstützen könnte, mein Ziel zu erreichen. Ich sage, ich melde euch, ich gebe Gast und bis zum nächsten Mal.